Wir fühlen uns wohl, hier lässt es sich leben. Ich bin Vanessa, ich bin 27 Jahre, geboren in Spich und wohne auch immer noch in Spich. Wir sind heute hier auf meinem absoluten Lieblingsplatz in Roßdorf, dem Bleimopsplatz in Spich. Der Bleimopsplatz ist mein Lieblingsplatz, weil ich mit ihm Spaß, Freude und Gemeinschaft verbinde. Sei es das Junggesellenfest jedes Jahr im Mai, das Menschenkickerturnier oder der Weihnachtsmarkt. Immer trifft man nette Leute oder alte Bekannte, mit denen man einen netten Plausch halten kann. Ich verbinde mit dem Bleimopsplatz viel Spaß und viele schöne Erinnerungen, auch aus meiner Kindheit. Ich kann jedem raten, einmal den Bleimopsplatz zu besuchen und zu den Festen hier nach Spich zu kommen.